Hallo, hier ist Phil von Autopflegeshop.de und in dem heutigen Video geht es um ein paar neue Sachen, die bei uns im Shop erhältlich sind und die wollte ich euch gerne mal zeigen. Bis gleich. Ja, wir fangen mit dem Land der aufgehenden Sonne an, mit Japan. Und jetzt haben wir hier drei neue Produkte, die wir aufgenommen haben von der Firma Soft99. Das ist ein Marktführer in Japan in Sachen Detailing. Und ich habe hier den Fukupika, den wir neu aufgenommen haben. Der ganze Name heißt Fukupika Spray Strong Type. Das ist ein starker Detailer, Quick Detailer, den man verwenden kann, um das Fahrzeug mal eben zwischendurch zu reinigen oder halt die Beschichtung, also wie Wachs oder eine Versiegelung aufzufrischen. Kann verwendet werden mit dunklen oder hellen Lacken, auch mit verschiedenen Wachsen von anderen Herstellern. Da es von Soft99 kommt, passt natürlich perfekt zu den Soft99 Produkten wie dem Fuso zum Beispiel. Ich habe hier noch eine kleine Dose, das ist das Soft99 Anti-Fox Spray. Wie der Name schon sagt, ist das ein Anti-Beschlagspray. Wir dachten, das ist vielleicht ganz sinnig. Passt auch ganz gut zu der Glocko-Serie, also sehr erfolgreiche Glocko-Serie von Soft99, wo verschiedene Sachen angeboten werden, um das Glas zu versiegeln oder die Scheibe zu versiegeln. Und das ist halt eine Sache für den Innenraum. Die Scheibe wird von innen eingesprayt und dann mit einem Mikrofasertuch wird das Ganze verteilt und das bleibt ein Film über. Dieser verhindert halt bei Temperaturunterschieden, dass sich dann von innen die Scheibe beschlägt. Das fanden wir ganz passend zu der Glocko-Serie. Des Weiteren haben wir hier noch den Pita Supo. Das sind Reifenapplikatoren. Ich mache das mal eben kurz auf. Das sind zwei Reifenapplikatoren. Die sind so gebogen mit einem Schaumstoff. Damit kann man halt verschiedene Reifenwachse oder Reifengels auftragen. Das ist so gebogen an den Reifen angepasst und das ist ganz, ganz cool zum Auftragen. Das sind zwei Stück in der Packung enthalten. Das sind dieselben, die auch in den Pure Shine mit dabei sind. Und die kann man jetzt einfach nur einzeln noch dazu bestellen halt. Ja, weiter geht es in die USA. Wir haben von der Firma Maguire zwei Shampoos, die wir neu aufgenommen haben. Einmal das Gold Class Car Wash. Das ist nicht neu. Wir haben das schon in kleineren Flaschen. Jetzt haben wir die großen Flaschen dazu bestellt. Aufgrund der Nachfrage sind 1,89 Liter Flaschen. Und das ist ein klassischer Shampoo und Conditioner. Den meisten wird es wahrscheinlich bekannt sein. Gibt es schon seit längerem bei Maguire's. Ist halt nur in der größeren Flasche. Dann haben wir das Soft Wash Gel von Maguire's. Das ist ein Shampoo in Pink. Dient dazu, um Fahrzeuge zu waschen, die gewachsen sind. Dieses Shampoo nimmt den Wachs nicht ab. Man kann das also für die Zwischendurchwäsche sehr, sehr gut verwenden. Ist eine 473 Milliliter Flasche. Und riecht nach Mandel oder nach so Amaretto. Ist ein ganz angenehmer Geruch. Ist ein Konzentrat und ein super Shampoo. Und dann haben wir noch von California Dream Dry Blades. Also zwei Dry Blades. Das dient zum Abziehen vom Wasser, vom gewaschenen, nassen Fahrzeug. Und ich mache mal einen auf. Da sind zwei. Die haben die gleiche Größe. Die unterscheiden sich nur in Farbe. Das eine ist transparent. Und dieses hier ist halt rot oder pink. Und das ist so ein leuchtendes Rot. Die sind sehr, sehr flexibel und haben überhaupt keine irgendwelchen scharfen Kanten. Also man kann dann die Glasoberflächen oder den Lack damit abziehen. Hat eine sehr, sehr weiche Lippe und zerkratzt das Fahrzeug halt nicht. Ja, weiter geht's. Man sieht es schon an dem Design nach England. Englische Flagge im Hintergrund. Das ist das Slic Mic. Das ist ein Shampoo von Bouncers. Dieses Shampoo ist ein Premium Car Shampoo. Ist ein pH-neutrales Shampoo, welches die Wachsschicht oder die Beschichtung von einem Lack nicht angreift. Man kann das also für die Wäsche zwischendurch nehmen. Ist für die Handwäsche entwickelt und macht einen sehr, sehr gleitfähigen Schaum und vermeidet jegliches Zerkratzen vom Fahrzeug bei der Wäsche. Ist eine 500ml Flasche und ist grün und riecht auch nach, ich würde sagen, nach grünem Apfel. Das ist ein sehr angenehmer Geruch. Das Slic Mic von Bouncers. So, weiter geht's nach Deutschland. Von der Firma Liquid Elements haben wir das Gloss Boost. Es ist eine Sprühversiegelung für den Lack. Ich weiß nicht, wieso wir das jetzt nicht hatten, aber haben wir jetzt einen neuen mit aufgenommen. Wie gesagt, das ist eine Sprühversiegelung. Wird einfach auf dem Lack aufgesprüht und dann auspoliert. Hat einen sehr, sehr hohen Glanz. Also es ist perfekt für Fahrzeuge, für Showcars zum Beispiel oder auch als Topping für verschiedene Wachse oder verschiedene Versiegelungen. Wird mit einem Sprüher geliefert. Das ist eine 500ml Flasche. Das Design sieht jetzt so aus. Ich weiß, dass die jetzt dabei sind, das Design der Flaschen komplett zu überarbeiten. Das kann also sein, dass die neuen Flaschen in dem neuen Design jetzt irgendwann mal kommen werden. Von APS haben wir einen Teller, einen Polierteller für Polierpads mit einem Adapter, kann man nicht sagen, aber mit einem Stift für die Bohrmaschine oder für einen Akkuschrauber. Wer also keine Poliermaschine hat mit dem 75er Pad, kann das als Übergang nutzen. Das wird einfach eingespannt in die Bohrmaschine und dann kann man das Fahrzeug halt wie mit einer Rotationsmaschine polieren. So, des Weiteren haben wir drei verschiedene Messbecher. Also die unterscheiden sich quasi nur in den Größen, in den Volumen. Also das sind 50ml. Der kleine ist 50ml. Das ist der 100ml Becher und das ist der 250ml. So sehen die im Vergleich aus. Die haben so eine Nase zum Ausgießen und sind halt perfekt geeignet für zum Mischen von verschiedenen Sachen halt wie Snowfoam oder irgendwelche Detailer. Und ich denke mal, es ist ein Must-Have für jeden, der sich mit Detailer beschäftigt, weil da ständig irgendwas gemixt oder verdünnt werden muss. Und ja, es ist also eine blaue Skala. Sehr, sehr leicht abzulesen, auch wenn es ein bisschen dunkler ist. Und es ist chemieresistent, also sehr, sehr gute Qualität. Weiter haben wir noch von APS Microfiber Clean. Premium Microfiber Clean ist ein Spezialwaschmittel für Mikrofaser. Es ist entwickelt worden, um Mikrofaserstoff zu reinigen, ohne dass die Fasern beschädigt werden. Das ist ein Ohne Weichspüler. Das ist ein Konzentrat. Also hier werden 10 bis 20ml pro Waschgang dosiert und reicht je nach Wasserhärte bis zu 100 Wäschen. Und wenn ihr mal Mikrofasertücher richtig waschen wollt, dann Microfiber Clean von APS. Ja, des Weiteren haben wir Black Pearl Schutzhandschuhe im Shop. Die gab es bis jetzt immer nur in Schwarz und wir haben uns gedacht, warum immer nur in Schwarz? Wir haben das Sortiment jetzt erweitert um fünf weitere Farben. Das ist einmal Opal, das ist so ein grün-blau Gemisch in Pink. Und hier gibt es jetzt eine Violette, Saphir. Saphir, das ist diese Farbe, die ich jetzt auf der linken Hand habe. Und in Rot. Rot sieht dann so aus. Und das sind Schutzhandschuhe, Nitril-Schutzhandschuhe, ohne Latex, latexfrei. Und von der Firma Unigloves und die sind sehr bekannt, sind sehr robust. Und das ist, also Schutzhandschuhe gehören sowieso zu der Grundausstattung jedes Detailers. Man darf nicht vergessen, die ganzen Sachen riechen halt wie Kaugummi oder wie Bonbons. Ist aber immer noch, bleibt immer noch Chemie. Und gehört einfach nur zu der Basic-Ausstattung von jedem Detailer. Aber jetzt halt in verschiedenen Farben. Insgesamt sind jetzt sechs Farben zur Auswahl. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch einen kleinen Überblick verschafft über die neuen Produkte bei uns im Shop. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt zu den Produkten, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Wir werden jede Frage gerne beantworten. Bis demnächst.